So, und da sind wir auch wieder und, oh, guck mal, ich habe den schwarzen Rand weggekriegt, ich habe einfach ein Bild hintergefügt und das sieht so, also ich finde das sieht besser aus, so ein bisschen freundlicher. So, ähm, oh, ein Minispiel, ein Minispiel, ein Minispiel, ein Minispiel, are coming. Ja gut, bringt mir jetzt wenig, aber egal. Das, na, das bringt schon ein bisschen mehr. So, genau, perfekt. Äh, machen wir mal so. Und so. Die Squash heben wir uns mal auf. Und das kommt hier, das kann ruhig hin. Das können wir hier hin machen. Das können wir da hin machen. Läuft oder läuft nicht? Na, machen wir mal so. Zur Sicherheit. Und, ja, hier dahinter kann einer. Decken wir dann alle Lanes ab? Ja, eigentlich schon, ne? Der war vielleicht ein bisschen fähig, jetzt muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, aber naja. Man kann ja nicht alles gleich richtig machen, ne? So, Torchwood. Ne, warte mal, den Squashen wir so. Den Squashen wir so weg. Die Tornut kommt hier hin. So, das kann hier hin. Heißt, hätte ich vielleicht sogar noch einen vorsetzen können. Naja. Hier kommt noch eine Tornut hin. Ich hoffe, der... Warte mal. Machen wir mal gerade mal so. War ich mir gerade nicht sicher, ob das so funktioniert. Äh, setzen wir hier davor. Oh, noch eins Repeater. Können wir hier hinsetzen. Noch einer. Okay. Setzen wir hier hin. Setzen wir hier hin. Ist ja übelst viel. Haha. Ihr kommt nicht an meine Pflanzen ran. Lalalalalal. Kommen wir gerade einfach mal ein bisschen auf hier. Uuuuund... Da muss ich mir gerade mal was einfallen lassen. Die kommen mir ein bisschen gefährlich nahe. Äh, hätte ich gar nicht machen brauchen. Okay. Zack. Und zack. Bam. Alter, wie viele... What the fuck? Wie viele Kugeln einfach nur überall. Alter. Ah, zu viel. Okay. That's pretty much. Ah, zu viel. Seng. Müssen wir gerade mal weglassen. Ja, hier kommt noch ein Lilypad. Das ist... Sehr gut. Dann setzen wir das hier drauf. Hö, höh, höh. Hö, höh. Noch einer. Ah, naja. Wir sind ja... Eigentlich ganz gut ausgestattet soweit. Alter, was hier los ist. Okay. Okay. Ich sag einfach mal nur, was hier los ist. Einfach mega viele Kugeln. Hier noch einer. Hier noch einer. Das kommt mir gerade noch ein bisschen laut vor. Ich hab's noch mal ein bisschen leiser gestellt. Ich hoffe, es ist nicht zu leise. Aber eigentlich ja nicht. Alter. 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 Ich könnte hier mal ein bisschen... Oh, hier können wir mal den hinstellen. Ich könnte noch ein... äh, Dings gebrauchen. Ein Lilypad. Gibt er mehr aber nicht. Na gut. War's das? Nee. Aber die Hände halt gleich auch da. Da passiert weiter nichts. Oder doch? Ist aber gut hier. Boom, boom, boom. Seashroom. Aquatic plant that shoots short-range spores. Ähm. Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, den hab ich nie genutzt. Oder doch? Ich weiß es nicht. Wir schaffen noch ein Level in dieser Aufnahme. Das machen wir auch. Oh, es ist nacht geworden. You know, they used to call me fuckman. Fuckman. Entschuldigung. Because I would hang out in the fuck and jump out at people. Ah, those were the days. Okay. Er hüpft vom Nebel heraus. Keine Ahnung. YOLO. Sunshroom. Puff-Schroom. Puff, ha, ja, Puff gesagt. Äh, nein. Ja, was haben wir denn da für Zombies? Oh Gott. Oh, der ist schlecht. Ähm. Da müssen wir. Da brauchen wir auf jeden Fall diesen. Den brauchen wir jetzt noch nicht. Den. 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 Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, lassen wir den mal kurz weg und wir probieren den mal. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das. Wir können gleich nochmal anfangen. Ich hab die Play. Ich hab diese, ähm. Ja, ja, ja. Ich hab die Dinger vergessen. Äh, diese hier. Dann müssen wir das, 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 das. Und das. Probieren wir's. Let's rock. Äh, Sunshroom. Ich mag die Nachtmusik irgendwie, die ist so ein bisschen mystisch. Aber auch irgendwie lustig. Wenn man sich bedenkt, was wir den Zombies so antun. Ah, ja. Wo kommen sie denn? Ist egal. YOLO jetzt. Ich hoffe mal, es sind jetzt kein, kein, kein übermächtigen Zombies. Nee, ist nur ein ganz normaler. Ein ganz normaler Zombie. Sorry, wir müssen den grad mal so abspeisen. Ich hoffe, den das hält ein bisschen. Aber, es ist ja, wie es ist, ne? Oh, Pilze, gib mir ein bisschen so. Ach, du Scheiße. Äh. Nee, das wird nix. Das wird nichts. Wir brauchen die anderen Pilze. Ähm, diese hier. Da, ach, die können wir ja auch so auf dem Wasser pflanzen. Das geht schon irgendwie. Ähm. So. Die kommen auch. Das heißt, wir brauchen diese. Diese zur Not. Die können wir nehmen. Die können wir nehmen. Die können wir nehmen. Und die können wir nehmen. Okay. Das ist eigentlich, das müsste funktionieren. Das müsste funktionieren, so theoretisch. Die sind halt cool, weil die nichts kosten. Und man die im Prinzip auch auf dem Wasser pflanzen kann mit diesen Lilypads. Pass auf, jetzt funktioniert es nicht. Das wäre sehr lustig. Ich probiere das gleich mal aus. Ähm, ich probiere das dann gleich mal aus, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber warum sollte man die nicht auf Lilypads pflanzen können? Das wäre ja dämlich. So. Cool. Da oben können wir gleich noch einen zweiten entpflanzen. Zack. Die kriegen den eigentlich ganz gut down, soweit ich weiß. Ja, genau. Die sind eigentlich ganz gut von Anfang. Die wachsen dann auch noch, wie wir wissen hier. Die werden dann größer und geben mehr Sonnenlicht. Brauchen aber eine Weile. Aber, das ist ja alles kein Problem. Später können wir dann die großen noch pflanzen. Diese Blubberdinger da. Die kommen hier hin. In der Mitte muss ich welche setzen. In der Mitte müssen welche hin. Ja, genau. Die kann man auch so setzen. Also, von daher. Funktioniert das. Und hier muss noch einer hin. Zack. Und hier muss einer hin. So. Bitteschön. Ach, das war ja fail. Aber egal. Ähm, ein bisschen fail gesetzt jetzt. Kann ich jetzt gar nicht setzen, ne? Muss er so, muss ich so machen. Oh, einer ist gewachsen. Okay. Äh, noch einer. So, dann sind wir mit den Sonnenpilzen schon mal fertig. Das ist schon mal gut. Kann ich eigentlich, ne. Das kann ich hier nicht bei Open Broadcaster. Ich hab noch was versucht gerade. Ähm, so. Ja, kann ich eigentlich im Prinzip auch schon mal sitzen. Genug Sonnenlicht haben wir. Oh, wo, wo, wo? Da oben. Oh, die Dinger sind gefährlich. Die explodieren und hauen dir alles weg, ey. Ähm. So. Bauen wir die Blubberschrooms hier auf. Ähm. Zack. Super, jetzt wachsen die langsam. Und. Hier auch noch ein Blubberschroom. So. Und ein Nüsschen. Und ein Nüsschen. Hm. Hm, 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 hm. Ich muss da noch was gucken. Mich interessiert was. Diese Dinge hier würde ich nämlich gerne auch einsetzen. Hm. Okay. Hier blubbern wir auch. Ich hab den Blubber. So. Ähm. Da oben steht schon ein Nüsschen. Mit dir f... Geh schon tot. Danke. Okay. Ähm. Ach so. Hier vor sollte ja auch noch einer. Genau. Beziehungsweise. Ja. Ich huge wave was ein bisschen Plotain. Das passt mir grad gar nicht. Aber egal. YOLO. Wo kommt der? Wo kommt der? Wo kommt der? Oh. Danke. Oh Gott, oh Gott. Gut. Die Dinger sind echt verdammt, verdammt nochmal gefährlich. Äh. So. Hat eigentlich auch keinen Sinn, dass die ganz hinten stehende war. Naja. Oh, das haben wir ja. War ja, war ja schon das Level. Mein Gott. Aber 15 Minuten. Das passt ja eigentlich ganz gut. Da können wir dann ein folgend Postchen einlegen. Light up an area letting you see true fog. Okay. Das heißt, wir können dann den Nebel besiegen. Mit dieser Laterne. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen. Tschüss. Tschüss.